Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das gefällt mir gar nicht, wie er redet Also ich kann es verstehen und so andere, also Garret zum Beispiel würde das wahrscheinlich bestimmt zusagen, aber unser junger Lord hier, so wie ich ihn sehe Ist das was anderes Come on, you dogs You'll not be fighting here forever Come on, come on What did I say? Swords up, slash right Parry, again Sword up Swing left Parry Wrong I didn't know dogs could hold swords Sir Roiland, a word Of course, my lord I have many decisions to make And I wanted your advice What's the state of our defences? Are these men ready for what's coming? This lot, ready? No, but they will be We post anyone who can hold a spear Along the parapet Up where they won't get much scrutiny And put our meanest, nastiest looking brutes Front and centre That'll show Ramsey we're a force in our own right You've got to project power Especially when you're weakened Thank you, Sir Roiland I'll let you get back to training these men Thank you, my lord And, er, you should know That swinging that blade yourself Took stones It was a man's way of justice Ja, danke No, 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 gift bracelet too So nicht, so weit sind wir noch Wer ist Malcolm? Hm Hmm. Ethan. Oder ich sage, Lord Ethan. Hallo, Uncle Malcolm. Ich habe gesehen, was du heute getan hast. Es ist nicht einfach einiges zu tun, zu tun, eine schreckliche Verpflichtung, nicht egal, wie es zu verraten ist. Aber wenn du mich entschuldigst, mein Herr, ich sollte nachdenken, bevor es nightfall ist. Ich hoffe, dass du morgen weg bist. Aber wo gehst du? Ihr Mutter asked mich zu cross die Narrow Sea zu finden, dein Bruder, Asher. Asher? Sie hat mich gefragt, dass ich mit ihm zurückgekehrt habe. Er hat gesagt, dass ich das nicht zu tun habe. Weil sie Angst hat, dass du nicht agreeest. Ich habe gesagt, mein Platz ist hier, dass ich keine Hilfe von Ihnen in Essos. Aber sie hat gesagt, ich werde, natürlich, bis Sie mit ihr sprechen über das. Ich sage, bitte zu sein, zu ihr. Sie hat sich eine Nachtmärme gemacht real. Aber du das auch? Sie ist meine Mutter. Natürlich bin ich sehr leid. Ich weiß, dass du. Du bist gutartig, mein Herr. Das ist deine true Kraft. Aber meine Mutter's fears sind nicht die einzige, die ich face. Meine Leute sind auch Angst. Ich bin gesagt, ich muss eine Sentinale wählen. Wenn ich so bold bin, Herr Roiland ist der Mann für den Job. Er ist ein guter Weg. Und ich glaube ihn. Warum, Herr Roiland? Wir sind in Krieg. Du musst ein Krieg sein. Ihr braucht ein Krieg bei Ihrer Seite. Roiland hat den Respekt des Mannes, und will bringe Kraft und Disziplin zu dieser Haus. Duncan würde Sage-Advice geben, aber jetzt ist nicht die Zeit, zu negatieren. Nicht mit der Lüge von Ramsey Snow. Danke, Onkel. Ethan, ich muss mit dir sprechen. Ja, gerne. Du wärst die nächste gewesen. Ähm, ziehst du mich bitte nicht? Ah, sehr gut. Gut gemacht, ne? Das musste gemacht werden. I'm worried about you. What am I supposed to think? Do you think it's easy? I'm the thirdborn son. Father never prepared me for this. I'm doing the best I can. I know you are, Ethan. I know. I know you said you'd get angry sometimes, but I didn't think I'd see it so soon. I can't afford any more mistakes. Everyone knows what happened with Lord Whitehill. Garrod being sent to the Wall without my knowledge. I know. And that wasn't your fault. Well, I'm the Lord. It's my responsibility. The people want me to lead. They need me to, but... What? Ethan, please. Tell me. Who should I name as my sentinel? It should definitely be Duncan Tuttle. He's dependable and smart and everyone trusts his judgment. So Roiland is unpredictable and likely to make matters worse. You've always given me good advice. Thank you. Es ist gar nicht so einfach. Roiland und Duncan. Oh, das erinnert mich an die Bordons und den gehäuteten Mann. Our provisions are rather low, my lord. I made the count again, just to be sure. Has anything gone missing? No. Doesn't look that way. Seems Eric was the only one to resort to thievery. But I'm still worried about our stores. We couldn't withstand a siege, my lord. If the Bordons or the White Hills cut us off and wait us out, we'd only last a fortnight. But there are steps we can take. In the past, we've demanded food from the small folk to replenish our stores. We can do it again, if you'd like. We've done it before in desperate times. The last long winter, my family had to give all our pigs to the house. If that's what's necessary to keep the house safe, then we must. Aye, a hard choice. But it's what has to be done. I'll see to the arrangements, my lord. I'll see you next time. Duncan. Yes, my lord. I have much to consider and face a difficult decision. Perhaps I can help. Your father often sought my counsel. As lord, I must name a Sentinel. Of course. And if I may ask, who do you favor for the role? Perhaps I can share my insight. And talking can sometimes help you make a decision. Would you want to be the Sentinel? More than you can imagine, my lord. With all due respect for Sir Roiland, there's no one better suited to the role than me. Thank you, Duncan. Duncan, I appreciate your advice. How much service, my lord. Das hat mir jetzt nicht geholfen. Okay. Wir werden Lord danken. Duncan, I've decided to name you as my Sentinel. Congratulations. Why? Thank you, my lord. I'm honored. But are you sure? Nein, nein, ich gehe jetzt zu Lotto. Nein, nein, natürlich. Ja, ich bin sehr sicher. Yes, of course. I'm convinced you're the man for the job. Then I accept. But first you must summon the small council, my lord. To make it official. Right. Ich weiß. I'll tell Maestro or Tengren to do it at once. Gut, dann haben wir das geklärt. Reulen. Ach nee, wir wollten noch mit Mutter sprechen. Erst möchte ich mit Mutter sprechen. Ach nee, das ist der Turm. Haha. Aha. Hier. Wann mal mit, nee, mit T. Da mit T konnte ich alle klickbaren Sachen. Aber hier gibt es nichts. Und rein kamen wir bisher auch noch nicht. Lass uns mal hier schnell gehen. Mit Shift ging das. Ja, mit T. Konnte ich die aufblinken lassen. Ja, das schneller gehen ist auch eher lachhaft, ne? Das ist schon... Rein können wir nicht, ne? Hier irgendwie hinter? Nee. Schade. Mutter habe ich jetzt nirgendwo gesehen. Was meint ihr? War das die richtige Entscheidung? Wir hätten ihn auch zur Mauer schicken können. Aber wir brauchen hier jeden Mann. Das ist das Ding. Meister? Ja, Lord Ethan. Ich sehe, Sie haben gesprochen zu ein number von Leuten. Sind Sie bereit, zu name Ihre sentinel? Was ist es, Sie machen? Abmiring die Ironwood, mein Herr. Ich studie es an der Citadel. Die Wooden ist schnitzend. Aber ich sehe gold. An entire forest of gold. Was ist das? Das ist unsere größte Asset, mein Herr. Ja. Wie nicht geben wir unsere Ironwood zu Haus Bolton und haben sie uns be? Wir könnten wir uns einsetzen. Du kannst gar nicht auf einen Preis auf deine eigenen Leben, oder die Menschen du lieben. Wie viel müssen wir uns geben, Meister? Von hier zu Wolfswood Creek und dann über die nächsten zwei Räder sind es genug zu verletzen. Ramsey's snow, I imagine. Bloodlust kann oftmals be sateden von Gifts und Gold. Mein Herr, sind Sie jetzt bereit, zu name Ihre sentinel? Ja, 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 das stimmt. Ja, Meister, ich bin bereit. Sehr gut. Ich werde die kleinen Kanzel-Eitbots konvenieren. Ich bitte darum. So eine schnieke Hütte, das ist unglaublich. Aber, bevor wir den kleinen Rat einberufen, machen wir hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass einen Like da, lass einen Kommentar da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaut doch mal bei Facebook oder Twitter vorbei. Tschüss. 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 Tschüss.